Musik Manch einer von euch Schlauköpfen hat bestimmt aufgepasst, denen ist aufgefallen, dass einige Zeit dazwischen vergangen ist zwischen den Videos. Aber wo hat sich der Typ eigentlich versteckt? Das ist hier die Frage. Ja, Leute, die ehrliche Antwort ist einfach, ich war einfach viel zu faul, um ein Video zu machen. In der Zwischenzeit habe ich größtenteils eigentlich nur vor meinem PC gehockt, irgendwelche Scheiße angeschaut, mir Animes angeschaut und Minecraft gespielt mit meinem Clan. Ja, wir haben auch viele CWs gespielt und auch von jedem verloren, worauf ich sehr stolz sein kann. Ja, war auf jeden Fall eine chillige Zeit. Und ja, ich versuche jetzt wieder aktiver Videos zu bringen, nur ich habe wieder direkt eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar werde ich die ganzen Herbstferien über auf Malta sein, also in Urlaub. Wer nicht weiß, wo Malta ist, ist es eine Insel, ähm, äh, 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 und ist halt eine Insel. Und ja, ich glaube, jeder sollte aber Malta kennen, weil es auch in Europa liegt. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich hier einfach ein, zwei nette YouTuber für euch, die ihr euch anschauen könnt, die aktiv Videos bringen und die auch wirklich gute Videos machen. Und dann würde ich sagen, zeige ich sie euch einfach mal. Ein wirklich cooler Dude, hier seht ihr auch nochmal einen Video-Ausschnitt aus seinen Videos. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal einen Video-Ausschnitt aus. So, den Rest des Videos könnt ihr euch bei seinem Kanal anschauen. Der Link zu ihm ist unten in der Beschreibung, genauso wie der Link zu den anderen YouTuber, den ich euch jetzt noch vorstelle. Und zwar ist der zweite YouTuber Ich-Komm-und-Ich-Komm-und-Ich auch ein Mitglied meines Clans, auch ein mega korrekter Typ. Und ich finde seine Videos zwar auch sehr gut, zwar nicht so gut wie die von Jetseng-Jetsu, aber auch sehr unterhaltsam und kann man sich auf jeden Fall geben. Deswegen, und er macht auch täglich Videos, also Respekt an ihn. Deswegen auch nochmal hier ein Ausschnitt von seinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Okay Leute, das war's erstmal mit diesem kleinen Video. Wie gesagt, könnt gerne bei den so den Leuten vorbeischauen, weil es euch ein bisschen langweilig ist und ihr gute Unterhaltung haben wollt. Und ja, ich bin dann erstmal weg. Vielleicht kommt nochmal ein Video in den Ferien. Ich werde schauen, wie das aus Malta geht und ob ich das Lust habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ciao!